Smart City ist eine Stadt, die sich durch besondere ganzheitliche Entwicklungskonzepte auszeichnet, die dazu führen sollen, dass diese Stadt rundum technologisch fortschrittlicher, effizienter, lebenswerter, nachhaltiger und sozial inklusiver wird. Die Herausforderungen, vor denen wir derzeit stehen, sind, dass Themen wie Digitalisierung, wie technologische Transformation sehr, sehr komplexe Themen sind, die ein Unternehmen allein nicht bewältigen kann. Wenn wir heute zum Beispiel als Unternehmen mit unseren Kunden darüber diskutieren, wie ihr Geschäftsmodell von morgen aussieht und sie sich in Städten befinden, die sehr dynamisch sind, nehmen wir als Beispiel München, wo der Wandel auch direkt spürbar ist, stellt sich sowohl für den Kunden als auch für uns die Frage, wie er oder sie als Unternehmer entsprechend diesen Wandel mit begleiten kann. Und deshalb sind eben diese Innovativquartiere so wichtig, in der die örtlichen Vertreter der öffentlichen Hand, der örtlichen Wirtschaft, der örtlichen Corporates mit Start-ups, die speziell dann in Kooperationen und Innovationen für die konkrete Smart City vor Ort schmieden, zusammenarbeiten. und bis zum nächsten Maligkeit! nem Aber nicht sehr stoked! hoch birth